kupfer achso deswegen war das deck wahrscheinlich weg ja vermutlich ja 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 da war nichts weil das wäre nämlich so schön wenn das ding ein bisschen schneller wäre hier weißt du wenn das nur zack 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 ging weißt du das stimmt aber zack 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 machen naja hier noch überall anschlüsse an den dingern dran als als gemacht so die nächsten acht kupfer sind deine ich habe schon acht genug abgenommen also ich bin fertig reich nutzt zehn elektrische öfen normale ich will die elektrischen bauen dann so genau strom die gehen ein bisschen schneller ja wenn wir das nuklear gedöhnt sind zum laufen kriegen ja gott den baue ich dann gleich drüben am besten unterm haus damit wenn es in die luft fliegt richtig redouts macht so jetzt haben wir schon nuklear so generator und advanced dingsbums brauchten wir vielleicht klappt es ja auch wenn wir denn so gut und generator was ich sag vielleicht klappt das ja auch wenn das ding gekühlt wird also wenn das weißt du was ich meine nuklear reaktor ja gut net vier weißt du was ich glaube was hast du da draußen das ding abgebaut den hat das solar ding steht noch oh guck mal es ist bald voll hier kannst du öfen nebenstellen da hat schon was brutzelt ähm weißt du was ich glaube ich denke wir müssen das auch irgendwie warte mal guck mal nach uran hier uran ich glaube wir müssen das nämlich auch in zellen machen das uran weißt du da gibt es extra uranium zellen genau ja das nehme ich hier refined uranium weiß ich nicht wie man das ich kann ja drauf drücken kompressor ja im kompressor block block brauchst du dafür ne brauchst kein block drück mal oben oben auf oben nach rechts oder links einfach das kleine im kompressor und dann ja so viele kleine haben wir ja noch gar nicht oder ich habe jetzt 22 soll ich es mal renn schmeißen ja schmeiß doch mal rein kompressieren kompressen muss mal ja und dann die empty zellen und uranium gibt eine uraniumzelle zwei ohne kupferplatte gibt doppelzelle zwei doppelzellen und drei gibt eine vierfachzelle ja da wir ja keinen kupfer mehr haben muss ich gar nicht weiter bauen was haben wir? da wir ja keinen kupfer klar ist doch noch alles am brutzeln hier wir haben noch 24 kupfererz und pulverfusator dann haben wir noch 29 dinger hier drin und hinten haben wir drei stück drin und ich habe 32 in der tasche achja weil ich bräuchte quasi um 10 electric furnace zu machen 60 kupferkabel ja das ist viel das ist viel ja warum denn 60 weil ich für ein electric furnace ein electronic caster nicht gesehen brauche zwei haben wir schon ne zwei haben wir schon ne zwei haben wir schon ja achso und eins von diesen electronic crudes kostet halt sechs kupferkabel ähm jetzt ist die frage braucht man den elektronischen ofen überhaupt was willst du denn für einen nehmen? achso ja ist vielleicht besser ja was verbraucht weniger kohle was verbraucht weniger kohle um kohle zu machen weißt du? ja das ist die sache wenn wir jetzt den kernreaktor ins laugen kriegen und haben quasi äh low cost energie weißt du? ja dann ist das natürlich ne andere sache dann ne ja vielleicht ich weiß natürlich auch nicht wie so die halbwertszeit von dem uran ist ähm lass uns mal gerade rausgehen und bäume fällen ja das ist gerade wichtig das ist nämlich gerade hell also 49 hab ich auf jeden fall schon mal ja 49 kupfer achso Waren Dinger ja so wollen du Chainsaw Massaker oder was? das kannst du wissen das kannst du wissen ja wir müssen nur aufpassen zwischendurch könnten nochmal so ein ähm Gummibau bestehen ne na das sind nur zwei stück da vorne ich bin hier vorhin schon mal auf das durch den Wald gerannt achso ja erstmal zurücklaufen und das ganze Zeug einsammeln du musst bei innerlich gucken was du da alles hast boah hier die Zeug ja ich lauf einfach nur durch grad äh Serke ja der der nachher kommt die Nachhut quasi die kann das ist schon wieder dunkel scheiß die brauchen hier auf jeden fall auch 500 Watt Strahler drauf ja damit die Viecher auch kann sporen so einsammeln Bäume pflanzen fertig so Bäume pflanzen schickt erstmal bis es wieder Tag ist wir haben doch ganz schön gerodelt hier ja das sind zwei Minuten ne ja das sind zwei Minuten ne ja ah liebe Zuschauer so schnell hat man einen einen Wald zerlegt in Ticket Light und ich glaub wir haben noch gar nicht mal das beste ähm an Abbaumaterialien keine Ahnung ja es gibt ja auch noch Mining Laser und hier so eine komische lustige Hand äh die wir programmieren können und was weiß ich nicht alles aber warum ja man kann sich auch eine automatische äh Baum Ding Bums pflanzen Harvester ja ja klar wenn man das will ist halt immer die Sache man braucht halt ganz schön viel Zeug dafür ja klar das stimmt man muss halt ganz lange Farben finden deswegen ist das natürlich auch eine gute Alternative ist zwar nichts automatisches aber äh wenn derweilchen wachsen ist das ist doch schon mal ein bisschen so 3 Stacks fast ja ja eingesammelt oder guck gleich mal was ein paar ähm soll ich den Kupferkabel machen zu viel ja cool ja ja schön ich habe 1,2,3 Stacks achso scheiße schon zu viel gemacht es gibt ja immer mehrer Rache davon sag mal 64 und 64 oh naja gut wir brauchen sie irgendwann ja denke ich auch irgendwann brauchen wir also 60 Stück wollte sie haben sagst du ja das ist ja kein Problem das ist doch einfach das ist doch einfach so oh Mist das ist doch das ist doch ach das ist doch 62 ja genau so wie der Kernreaktor super ja ja so ähm was wolltest du eigentlich bauen jetzt die elektronischen Öfen 10 Stück achso das war dann drüben quasi das war dann drüben quasi wir hatten doch hier Empty Cell hatten wir doch genau ja so ein paar haben wir noch ja 14 Stück nämlich ähm da wollte ich nämlich jetzt mal das raffinierte raffinierte raffi tückische Zeug machen gut 22 22 20 22 21 22 22 Vielen Dank.